So, hallo! Willkommen im dritten Teil unserer Reihe, wie wir die Festplatte aufräumen können. Im ersten Teil habe ich euch gezeigt, wie die Windows-Datenträger-Bereinigung funktioniert. Im zweiten Teil habe ich euch das Programm LeechBit vorgestellt, mit dem ihr zahlreiche unerwünschte und unbenötigte Dateien löschen könnt. Und hier in diesem Video zeige ich euch jetzt, wie ihr mit dem Programm Treesize noch zusätzlich einen Einblick in eure Festplattenbelegung erhalten könnt. Okay, legen wir los! Gut, wie bereits gesagt, das Programm nennt sich Treesize Free. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ladet es runter, installiert es und dann könnt ihr es ganz normal ausführen. Treesize Free. Und das wird dann bei euch in etwa so aussehen. Die Funktionsweise ist folgendermaßen. Mit dem Programm könnt ihr einzelne Verzeichnisse als auch komplette Festplatten scannen. Das funktioniert, indem ihr hier links oben auf Verzeichnis auswählen klickt. Und dort könnt ihr dann eine Festplatte auswählen, die halt gescannt werden soll. Es ist hilfreich, wenn ihr diese zweiteilige Ansicht wie bei mir habt. Und diese zweiteilige Ansicht kriegt ihr hin, indem ihr erstmal hier auf Ansicht klickt und diese zwei Felder aktiviert habt. Dann können wir jetzt einfach mal loslegen und eine Festplatte scannen. Hier auf der linken Seite seht ihr jetzt eine Auflistung aller Ordner, sowie wie viel diese Ordner belegen, als auch deren Prozentsatz von der gesamten Belegung. Das heißt, auf meiner Festplatte hier sind etwa 35 GB belegt und der Ordner altes Projekt belegt davon etwa 60%. Hier auf der rechten Seite seht ihr eine grafische Darstellung dieser Ordner und der Dateien darin. Jedes Rechteck steht für eine Datei und die Größe des Rechtecks ist direkt proportional zu der Größe der Datei. Das heißt, je größer so ein Rechteck ist, desto größer ist auch die Datei. Und ihr seht, dass dieses Video einen großen Anteil des belegten Speicherplatzes ausmacht. Und wie könnt ihr jetzt einzelne Dateien löschen? Das geht relativ einfach. Ihr könnt zum Beispiel hier direkt einzelne Dateien doppelt anklicken. Wenn ihr das tut, dann springt ihr hier auf der linken Seite automatisch zu der Datei. Und die Dateien können dann ganz normal wie im Explorer gelöscht werden. Also ihr könnt zum Beispiel Rechtsklick machen und dann auf Löschen klicken. Und jetzt ist die Datei im Papierkorb drin. Ihr seht, dass jetzt sich auch die Anzeige hier live geändert hat. Jetzt sind nur noch 15 GB belegt. Und jetzt werden von Steam und The Pathless jeweils knapp die Hälfte belegt. Wenn ich jetzt wieder hier auf die Festplatte draufklicke, dann sehe ich jetzt rechts eine upgedatete Übersicht. Und so könnt ihr dann größere Dateien mit einem Blick identifizieren. Jetzt zeige ich euch, wie ihr etwas die Übersichtlichkeit einstellen könnt. Dazu klickt ihr hier auf Diagrammoptionen. Und könnt dann hier einzelne Häkchen setzen oder entfernen. Sowie den Detailgrad einstellen. Das sieht so aus, wenn ihr jetzt hier den Detailgrad verringert. Dann seht ihr hier unten auf der rechten Seite, wie immer mehr einzelne Dateien direkt angezeigt werden. Wenn ihr den Dateigrad verringert, also nach rechts zieht, dann seht ihr, dass immer mehr Dateien gruppiert werden. So eine mittlere Stellung ist relativ praktisch. Hier könnt ihr die Anzeige von einzelnen Dateien ausschalten. Dann werden nur die Ordner angezeigt. Die Legende könnt ihr aus- und anschalten. Legende bedeutet, dass halt hier unten angezeigt wird, welche Farbe für welchen Dateityp steht. Hierarchie könnt ihr anzeigen lassen. Dann wird es aber relativ unübersichtlich. Deswegen, ich wähle das normalerweise ab. Und das Ganze im 3D anzuzeigen, sieht zwar ein bisschen schicker aus, aber es verlangsamt den ganzen Vorgang schon ziemlich. Okay. Es kann vorkommen, wenn die Festplatte gescannt wird, dass das Programm in einer Meldung nach Administrator-Rechten fragt. Wenn ihr diese Meldung akzeptiert, dann könnt ihr über das Programm die Dateien direkt löschen. Außerdem kann Tree-Size so auch versteckte Ordner scannen. Beim Aufräumen der Festplatte müsst ihr jedoch beachten, dass ihr jetzt nicht einfach blind links alle möglichen Dateien löscht. Wenn ihr nicht wisst, ob eine Datei benötigt wird oder nicht, dann googelt zum Beispiel nach der Datei oder schaut einfach, in welchem Ordner sich diese Datei befindet. Das war es jetzt von meiner Seite. Und hiermit ist jetzt auch diese dreiteilige Videoserie beendet. Ich hoffe, es hat insgesamt etwas geholfen. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir doch ein Like da und schreibt mir doch einfach in die Kommentare, falls euch ein spezielles Thema interessieren sollte. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.